Tana vor Bürgermeister, Freunde von früher. So, alles klar. Das ist, glaube ich, jetzt unser Dörfchen. Nun stehen sie doch auf, mein Herr. Ihr könnt doch nicht bis mittags betten. Weißt du, erst soll ich mich nicht überarbeiten und jetzt jammert die mich voll. Tane, moin. Dass ich nicht so lange schlafen soll. Ihr habt Besuch bekommen. Mein Adliger ist im Schlosshof und er bittet eine Audienz. Er sagte, dass ihr euch von dem Königshofe kennt. Okay. Oh. Einen guten Morgen wünsche ich euch, Stadthalter. Erinnert ihr euch an mich? Wir hatten am Hofe des Königs. Wissen die Dorfbewohner eigentlich, dass ihr vom Hofe verbannt wurdet? Ich denke, sie wären sehr enttäuscht, wenn sie dies erfahren würden. Halt bloß den Rand durch. Das habe ich mir gedacht. Nun gut, euer kleines Geheimnis ist es bei mir sicher. Vorerst. Ich wünsche einen guten Tag. Ich bin starten, Naldot. Link, ne? Mein Herr, wenn die Dorfbewohner davon erfahren, dann werden wir bestimmt in den Kerker geworben. Aha. Ich weiß, mein Herr. Wir haben das Geld nicht genommen. Alle Anschuldigungen waren erfunden, aber nur der Adeliger und wir wissen davon. Der lockt, o Miss Nimosi? Dieser Mann könnte uns erpressen. Wir sollten sehr vorsichtig vorgehen. Ja. Guck mal hier. Unsere Forschung läuft auch noch. Oh? Lord, es warten noch einige Dorfbewohner mit Anliegen im Audienzraum. Bitte folgt mir. Ich denke, es wird um die Nahrungsversorgung des Dorfums gehen. Alles klar. Herr Stadthardler, ich bin der hiesige Bauer. Ich besitze den Hof am Fuße des Berges. Seit die Windmühle letztem Frühling abgebrannt ist, wird mein Getreide nicht mehr zum Mehl verarbeitet. Es wäre mir ein großes Anliegen, wenn sie wieder aufgebaut werden könnte. Du kannst denn ein Land? Laut Stadthardler, dem Dorf fehlt es an Nahrungsmitteln. Unsere einzelne Fischerhütte reicht nicht aus, um das wachsende Dorf zu versorgen und der Winter naht. Ich empfehle die Produktion von Brot. Nun, hier stand bis vor kurzem unsere Windmühle. Sie wurde vom Blitz getroffen und brannte ab. Vielleicht sollten wir ein Feuerwachturm einrichten lassen, damit so etwas verhindert werden kann. Uh, na wunderbar. Dieses Dorf ist eine Todesfalle. Was haben wir hier? Baue eine Windmühle. So, wir haben zwei Quests. Einmal Nahrungsversorgung aufbauen, hilft dem Müller aus. Gut, das heißt, wir bauen jetzt eine Windmühle. Da. Und die bauen wir... Nein, nein. Da hat sie gestanden, ne? Komm, dann bauen wir doch die Windmühle wieder... an die Stelle, wo sie vorher waren. So. Wenn du auf etwas warten musst, benutze ich die schnellen Vorlauffunktion, um die Zeit im Spiel zu beschleunigen. Feuer. Die Grafik ist schon süß, oder? Was? Feuer, mein Herr. Das brennt. Feuer ist ausgebrochen. Und jetzt? Abreißen? Nein. Neue Aufgaben. Feuerwachturm vorhanden. Brennende Gebäude. Rette das gebrennende Gebäude. Ach so, wir müssen ja noch diesen Feuerwachturm da bauen. Ach shit. Den da. Und wo bauen wir den hin? Ah, gucke mal. Geht's noch weiter runter? Ne. Musst ja die ganzen Ecken hier ab... Gebäude löschen, die im Einzugsbereich eines Turmes liegen. Ja. Dann baut doch... Mach doch bitte mal schnell... ...den Turm fertig. Aha. Lass es regnen, Tana. Ich kann es nicht regnen lassen. Ah, Feuer. Feuer, Hilfe. Mein Arsch brennt. Ah, meine Hütte brennt. Der Bausteller kann diese sofort fertigstellen. Wir haben keine Zeit, meine Herr. Ihr solltet etwas Prestige verwenden, um den Feuerturm direkt fertig zu machen. Das wäre, glaube ich, Schnellbauen, ne? Ja. Alles klar. Ist da auch jemand? Ja. Mein Herr, es mangelt an Steinen, um fortschrittliche Gebäude zu errichten. Ihr solltet vielleicht einen Arbeiter im Bergwerk einsetzen. Auf diese Weise wären wir in der Lage, die Rohstoffe selbst herzustellen. Okay. So, haben wir denn noch einen Arbeiter hier? Jo. Haben wir. Aufgabe abgeschlossen. Ja. Bergwerf. Einlösen. So. Brennendes Gebäude muss noch gelöscht werden. Und dann brauchen wir noch... ...die Windmühle. ...die muss ja noch weiter gebaut werden hier. Da ist auch einer dabei. Und das Gebäude. Ah, abreißen, Abdeckung. Ja, Abdeckung haben wir ja. Das Gebäude ist gerettet. Jawohl, das Haus hier. Danke, mein Lord. So, das ist auch erledigt. Jetzt brauchen wir dem... ...die... ...hier, das Ding. Da haben wir, glaube ich, nur einen Arbeiter, ne? Ja. Ich glaube, da können wir jetzt aber mal ein bisschen beschleunigen, oder? Damit das fertig wird, da vorne. Hey! Mein Lord, wir haben keinen freien Arbeiter mehr. Ihr solltet in der Bewegung ziehen, ein weiteres Wohnhaus bauen zu lassen. Wirklich? Für den Bau ist es auch möglich, kurzfristig einen anderen Arbeiter abzuweisen und der Baustelle zuzuweiten. Eine Baustelle mit vorhandenem Prestige fertigzustellen, wie ist das im Kontext? Ja. Ja, aber ich will ja mein ganzes Prestige nicht ausgehen. Ne? Ich meine, wir haben zwar noch ein bisschen, aber... So, Wohnhaus. Wo sitzen wir denn hier noch im Wohnhaus? Das ist halt vielleicht da. Keine Arbeiter. Das bist du auch im Wohnhaus. Vielleicht ja. Ne, das hier muss fertiggestellt werden. Und danach kann er ja das nächste machen. Wobei dann, wenn die Mühle steht... So, mal gucken. Sehr gut, mein Herr, nun können wir das Getreide zu etwas essbaren weiterverarbeiten. Mit einer Bäckerei können wir Brot backen. Der Bauer ist sehr dankbar für den Bau der Windbühle. Er hat einige Rohstoffe als Belohnung für euch hinterlassen. Einlösen. Was haben wir hier? Arbeiter nötig. Heureka. Das ist... Erfolg. Aha. Aus Getreidemehl. Damit sie... Bauern sie mit Getreide versorgen. Deidens in Egge, Nüffle. Müssen wir jetzt auch noch eine Bäckerei machen und wir brauchen mehr Felder. Und hier bräuchten wir, glaube ich... Müssen wir mal gucken. Erstmal die Forschung ist fertig. Jawohl. Forschung abgeschlossen. Jetzt brauchen wir erst mal... Warte mal. Bevor wir das machen, bauen wir doch bitte einmal das Haus fertig. Weil wenn das Haus fertig ist, können wir nämlich auch... Dann können wir auch weiter hier machen und dann können wir auch eine Bäckerei bauen. Schießt die Enden ab. Fleisch. Ja, wir müssen uns, glaube ich, auch ein bisschen beeilen, weil ich nicht weiß, wie lange wir noch haben, bis der Winter kommt. Müssen auf jeden Fall die Nahrungsvorräte aufstocken. Ja, wir haben... Fleisch haben wir, wir haben Fisch, wir haben aber kein Brot. So. Ja, viel zu tun. Wenig Wohnraum. Acht Arbeiter. Keiner ist krank. Das ist auf jeden Fall gut. Können wir das Haus jetzt hier... Mal fertig bauen. Wo ist denn hier der Arbeiter? Der... Ach, da kommt er. Ich wollte gerade sagen, wo läufst du denn du lang? Bauen wir das Haus. Komm. Jetzt läuft er nochmal. Weil dann können wir auch endlich wieder ein Arbeiter hier, die Windmühle. Rausher komplett? Jawohl. Aufgabe abgeschlossen. Ein Löser. So, jetzt können wir hier nämlich auch wieder den hier machen. Und wir brauchen eine Bäckerei. Wo setzen wir die jetzt hin? Hier, wo kaputt ist? Könnte was tun, wa? Ich meine, hier wo... Da würde ich vielleicht noch ein Feld oder was zu machen. Da geht nicht. Da geht nicht. Könnt ihr eher einen zweiten Arbeiter zuweisen? So. Dann baut mal schnell die Bäckerei. Oh, das sieht nach Herbst aus. Guck mal. Oh, das sieht nach, nach, nach. Oh. Gebäude lager voll. Und jetzt? Gebäude, Ressourcen. Lagerraum. Rübergehend gesperrt. Was kann ich jetzt? Reduziere Feuer. Oh ja. Müssen wir vielleicht noch einen Lagerraum bauen oder so? Lagerhaus. Ist noch nicht frei. Ist noch nicht frei. Biedeschön. Biedeschön. Dem Dorf fehlt es an Nahrungsmittel. Umso einzelne Fischer hüten. So. Kann ich vielleicht... Da ist der Bäcker. Das, was wir nun brauchen, ist eine hungernde Bevölkerung. Also benötigen wir genügend Brot auf Lager. Hier haben wir einen Bäcker. Mehr kann ich da, glaube ich, noch nicht machen. Neue Aufgabe. Produziere Brot. Ja. Sind wir dabei. Da sind wir dabei. Gebäude ausbauen können wir noch nicht. Meh. Das geht nicht. Wie viel Brot da haben wir? Wie lange brauchen wir denn von Brot? Ein Holz, ein Mehl, 15 Sekunden. Okay. Ah, hier ist die Produzonsbeine. Irgendwie. Uns geht das Holz aus. Es wäre gerade dann noch eine Forsthütte zu errichten. Der Bau. Von Gebäuden. Okay. Noch eine. Hier, noch so eine. Forsthütte. Ja, dann. Ei, ei, ei. Aber hier irgendwo... Hier wäre es ja eigentlich schön gewesen. Aber hier sind zu viele Gebäude. Da. Oder hier. Wir können, wie ihr seht, können wir halt wirklich nicht so weit. Aber ich könnte zum Beispiel hier irgendwo noch einen hinbauen. Gucke mal. Haben wir einen Arbeiter? Jawohl. Weiß, das ist ein Nahrungsmittel. Wir haben vier Brote mittlerweile. Wow. Wir haben hier noch einen Arbeiter, der macht das. Aber guck mal, wir hätten sogar keinen Arbeiter verfügbar. Da könnte man sogar einen zweiten nehmen. Wenn wir hier aufwerten können, können wir wahrscheinlich auch mehr als einen Arbeiter. Was kostet das Spiel? Warte, warte, warte. Ich guck mal eben. Während der... Das kann ich dir gleich sagen. Townsman. Die sind ja sowieso gerade am Arbeiten. Obwohl das Spiel steht gerade, weil ich auf dem Desktop bin. QR... QR... So. 1999 kostet das Spiel. Ist auch nagelneu. Das kam jetzt erst raus. Ist auch für Thea Nordic. Die kennt ihr ja auch alle. Aber auch nicht unwesentlich. Oh, guck mal, wir haben kein Holz mehr. Ach, du lieber Gott. Im Lagerhaus haben wir selber... Kalter! Einen wunderschönen... Gebäudelager voll. Ja, der lagert doch bestimmt woanders jetzt. So. Wir müssen auf jeden Fall mal das zweite Forsthaus noch bauen. Und wir brauchen wahrscheinlich noch Wohnhäuser. Because me! Ist ratsam. Ja. Ist auch ratsam. Wir haben aber immer noch nicht genug zu essen. Und wir brauchen, glaube ich, auch... Ich werde nochmal einen Bau... Äh, einen... Nochmal ein... Ist das ein großes? Geht nicht. Wohnhaus? Lagerhaus? Heilmedikus? Geht auch nicht. Aber... Ich glaube, davon bräuchten wir sowieso Nummer 1. Weil ihr seht, es ist ja nicht alles abgedeckt hier. Wow. Nein. Der Bereich hier ist nicht abgedeckt. Und das Schwert immer in eurer Hand sein. Kalter! Vielen lieben Dank für dein Resort! Ha! Diesmal hat's funktioniert, ne? 14 Monate. Iiiiih, Tana spielt Allianz. Ne, ich spiel grad nicht Allianz. Du Nase. So, haben wir jetzt... Ja, nicht alles, ne? Wir haben ja nicht alles drin. So. Ja, das Feld ist nicht ganz. Aber der Turm passt hier auch nicht so rein. Da würde er reinpassen. Arbeiter benötigt. Ja, ich weiß. Und wir brauchen noch Wohnhäuser. Davon. Wenigstens noch mal zwei Stück. Zwei, drei, wenn nicht sogar. Tate ist so kaputt wie ich. Wie geht's dir, Kalter? Warst du schon beim Zahnarzt oder hast du erst morgen? So. Mach mal kurz. Damit hier die Wohnhäuser gebaut werden. Das machen wir auch mal kurz aus. Kannst du nämlich da. Naja, weil wenn wir die Wohnhäuser nämlich fertig haben, können wir hier auch den restlichen Krempel. Forschung abgeschlossen. Jawoll. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Essen. Lagerhaus können wir noch gar nicht bauen, ne? Ne. Produziert steuern. Hier geht auch nicht so viel. Gesperrt. Windmühle geht mit. Nicht gereinigt. Geld. Kloster. Das geht wahrscheinlich erst alles in der nächsten Kampagne. Heute Frau nennt mich Two-Face, weil die linke Seite ist extrem stark betäubt noch und Regen und gleich null. Werde morgen ja sehen, ob die Behandlung also wehtun. Voll ist, dann stoppt die Produktion, solange bis wieder Platz im Lager frei ist, mein Herr. Okay. Hinweis schließen. Oh, wir müssen, glaube ich, mal reparieren. Ja. So. Wir müssen die Wohnhäuser einmal reparieren. So. Fertigmachen. So, dann können wir hier wieder anwerfen. Können wir hier mal schnell fertig machen. Und hier mal fertig machen. So, mach mal schnell die Häuser fertig hier. Da, 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 da. Was haben wir hier? Aufgabe abgeschlossen. Brot produziert. So, baue die Nahrungsmittelversorgung aus. Okay. Das Haus ist aufwertig. Wir können uns darauf konzentriert, das Dorf auf dem Winter vorzunehmen. Sehr gute Arbeit, Lord. Das Dorf ist für den Winter vorbereitet. Die Dorfbewohner werden überglücklich sein. Wenn Sie davon erfahren. Frau Gottlieb hat ein Festmahl zu euren Ehren vorbereitet. Bitte kommen Sie mit mir. Alles klar. So schließen wir mal die Aufgabe ab. Und ich würde sagen... Da mal schnell beide. Szenario bestanden. Jawohl. Ähm... Soweit auch. Also mir wird es auch mal besser. Du hörst es ja in der Stimme und wie ich rede, ne? Also mit dem Atmen klappt auch lang so wieder. Und ich finde, das Townsman, das ist ja von Thea Nordic. Ich finde, das sieht echt geil aus, oder? So, das war jetzt das zweite Szenario. Wir spielen jetzt Kapitel 3. Also, das ist ja Korpel auf den Id. So, das ist ja Korpel. 精ane Ev either stare machen. Und ja, wie ich rauskommo, das ist ja he foi. Was ist ja...